Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in dem Video, wie schon angekündigt, ein Video zu meinem neuen Ausstatter. Und zwar ist das hier Sneakers Workwear, ein Arbeitsbekleidungshersteller, Ausstatter und ein Online-Shop. So, Link zu diesem Ausstatter findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und hier ist auch das erste Paket meines Ausstatters und das möchte ich jetzt mal mit euch zusammen auspacken. Und wir schauen mal, was hier alles Schönes drin ist. So, und wie gesagt, hier haben wir das schöne Päckchen. Ich schneide es jetzt einfach mal auf. Und wir schauen einfach mal hinein. So, und als erstes sehen wir hier vor uns die Sneakers Workwear FlexiWork Arbeitshose. Das ist eine Hose mit Holztatasche und zwar eine sehr leichte, komfortable Arbeitshose für starke Beanspruchung. Diese Hose hat nochmal zusätzliche Verstärkungen an stark beanspruchten Stellen. Das ist eine Verstärkung durch Cordura 1000. Das ist hier nochmal zusätzlich aufgebracht und somit kann die Hose auf den verstärkten Stellen mehr aushalten. Und das sind dann quasi immer die Stellen, wo dann immer die günstigen Hosen kaputt reißen. Und hier haben wir dann quasi nochmal einen zusätzlichen Schutz, eine zusätzliche Verstärkung. Also das hier ist die Sneakers Workwear FlexiWork Hose. Und zwar hier in den Farben Blau und zwar Camouflage Blau. So, als nächstes haben wir hier das AVS T-Shirt. Das ist ein ganz spezielles T-Shirt, speziell für die Arbeit konzipiert. Dieses T-Shirt hat einen Vorteil. Es ist schnell trocknend. Das heißt, wenn wir hier in diesem T-Shirt schwitzen, schwer arbeiten oder dergleichen, trocknet es sehr schnell wieder ab. Des Weiteren besitzt es atmungsaktives Material und dieses garantiert natürlich dann dieses schnelle Abtrocknen. Hier haben wir die Farbe Navy Typ 95. So, und dann haben wir das Sneakers Workwear Body Mapping Polo T-Shirt. Das ist ein spezielles T-Shirt für sehr heiße Arbeitstage. Dieses T-Shirt ist UV-abweisend. Das heißt, der Stoff lässt keine UV-Strahlung durch. Man bekommt damit quasi nicht unter dem T-Shirt einen Sonnenbrand. Es ist auch atmungsaktiv und hat einen sehr angenehmen Tragekomfort. Das heißt, das ist das optimale T-Shirt für sehr heiße, sehr anstrengende Arbeitstage, um quasi frisch zu bleiben und nicht zu schwitzen. Und hier das Ganze natürlich in der Farbe Chili Red. So, dann haben wir hier den Sneakers Workwear Elastischen Gürtel. Dieser Gürtel hat eine Länge von ca. 120 cm, ist hoch elastisch. Und Besonderheit, hier diese Schnalle ist aus Gewehrmetall. Das heißt, somit kann man mit diesem Gürtel vernünftig arbeiten. Wenn man mal in die Hocke geht, sich kniet, gibt der Gürtel leicht nach. Dann hat man nicht diesen Druck am Körper, als wenn man einen starren Gürtel quasi verwendet. Und somit ist das ein idealer, elastischer Arbeitsgürtel, den man hier noch schön in seine Hose quasi einbringen kann. Des Weiteren finden wir noch hier in dem Paket die Sneakers Workwear Arbeitssocken. Besonderheit hier bei diesen Socken, diese Socken haben ein spezielles Material verarbeitet, und zwar das Cool Max. Hiermit hat man den Vorteil, dass die Socken abmungsaktiv sind und quasi eine sehr kühle Füße garantieren. Man schwitzt nicht in den Socken und die Flüssigkeit oder der Schweiß wird absorbiert, abtransportiert. Und man hat hier quasi einen sehr angenehmen Tragekomfort. Dann kommen wir als nächstes hier zu dem Sneakers Workwear XTR Craftsman D30 Kniepolster. Das ist ein spezielles Kniepolster, das man in seine Arbeitshose einschieben kann, und zwar in den Schiebefächern unten an den Knie hin. Vorteil dieser Kniepolster, sie sind außen sehr massiv, sehr stabil und innen sehr weich gummiert mit diesen weichen Einlageflächen. Was also bedeutet, wenn man hier sehr viel Arbeiten auf den Knien ausführen muss, wie zum Beispiel Fliesen, Pflastern, Parkettlegen oder dergleichen, hat man hier einen zusätzlichen Schutz, den man in die Arbeitshose einbringen kann, und somit kann man die Knie damit sehr gut schonen. Viele Leute arbeiten ohne derartige Polster und arbeiten quasi so auf den Knien und versauen sich so über die Jahre dann ihre Knie. Denn wenn man permanent auf den Knien arbeitet, sollte man auch dementsprechend ordentliche Polster verwenden. Das hier sind solche. Damit erhöht man quasi die Lebensdauer seiner Knie natürlich immens. So, und zu guter Letzt kommen wir noch zu einem Highlight, was mir besonders sehr gefällt. Das sind hier diese Handschuhe. Und zwar handelt es sich hier um die Sneakers Workwear Powercore. Das sind ganz spezielle Handschuhe. Hier haben wir nämlich den Vorteil, dass diese Handschuhe wasserdicht sind. Und zwar in diesem Fall aus wasserdichten Polyurethan gefertigt worden. Das hat den Vorteil, dass die Griffflächen quasi wasserabweisend sind. Aber der restliche Handschuh trotzdem so gefertigt worden ist, dass er trotzdem noch atmungsaktiv ist. Und dass man dann quasi hier auch nicht schwitzt. Auch sehr schön bei diesem Handschuh sind hier diese Knöchelpolster. Hier für die Handknöchel haben wir hier eine eingearbeitete Polsterfläche oder mehr zu sagen eine Hartgummifläche. Diese hat den Vorteil, wenn man sich jetzt hier an den Händen stößt, verletzt man sich nicht so schnell. Und wir kennen das auch bei den normalen Standard-Arbeitshandschuhen. Hier an den Knöcheln reißen sie in der Regel sehr schnell auf. Und dann hat man zwar einen Handschuh an, aber hier in den Knöcheln ist man überhaupt nicht mehr geschützt. Diese Stelle wurde hier nochmal etwas überarbeitet und ist hiermit quasi extra geschützt. Auch ein Vorteil dieses Handschuhs. Dieser Handschuh ist Smartphone und Touchscreen kompatibel. Das heißt, wir können mit diesem Handschuh quasi unser Smartphone bedienen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Auftrag erledige, kann ich Anrufe entgegennehmen. Und kann mein Smartphone während der Arbeit ohne Ausziehen des Handschuhs bedienen. Auch ein Vorteil von diesem Handschuh. Er hat hier hinten so einen gummierten Schlup. Das heißt, das Anziehen des Handschuhs ist sehr einfach. Und nach dem Anziehen quasi ist der Handschuh sehr fest an der Hand. Das heißt, der Schlup hält ihn hier hinten ordentlich fest. Und wir verlieren ihn nicht während der Arbeit, wie wir das von vielen günstigen Arbeitshandschuhen her kennen. So, und damit komme ich dann auch zum Ende meines Vorstellungsvideos, meines Sponsors. Und zwar Sneakers Workwear. Wer nochmal Interesse hat, bei diesem Sponsor vorbeizuschauen oder auf der Seite des Sponsors vorbeizuschauen, die habe ich euch unten in die Videobeschreibung reingepackt, sprich verlinkt. Dort könnt ihr einfach draufklicken und dort mal selber vorbeischauen, was es da für schöne Sachen gibt. So, ich hoffe mal, ich sehe jetzt einigermaßen vernünftig eingekleidet aus für meine nächsten Heimwerker-Videos. Und bleibt mir nur noch eigentlich Danke an Sneakers Workwear zu sagen, für das zur Verfügung stellen dieses Outfits. Und hiermit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Und hiermit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und hiermit sage ich Tschüss.